Tring, tring, tring Noch fünf Minuten, mein Bett ist so weich Ausstehen Kinder, die Ferien sind vorbei Was? Nein Ich gehe ins Bad Tring, tring, tring Guten Morgen, Welt Und eine neue Woche beginnt Wie herrlich Wow Guten Morgen Ach, guten Morgen, mein Schätzchen Ey, was möchtest du denn essen? Ach, ich nehme nur einen Tee und Sardinen Okay Dann setz dich schon mal hin Okay Wo ist Sira? Achso, sie ist noch im Bad und macht sich frisch und kommt aber auch gleich essen Okay Setz ich mich schon mal hin Das Okay Okay Ach, Mom, kannst du für mich nur Cornflakes? Okay Guten Morgen Morgen So Einmal die Cornflakes Die Tee Und die Sardinen Danke, Mom Danke Knotit Mh 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 Wolle, komm, Mom Danke Nein, danke Dann gehe ich jetzt eben Zähne putzen Danke Ich mische mal Sachen rauslegen Ach, so So, bin mal fertig Mal sehen, was ich anziehen werde Ich glaube, ich nehme diesmal heute das T-Shirt So Also, ich wäre fertig Ja, ich auch Okay, dann nehmt eure Tasche Ich kann euch leider heute nicht fahren Aber ich könnte euch von der Schule abholen Okay Ich hole ihr meine Tasche So Tschüss, man Tschüss, man Ah, da hinten kommt der Bus Ja So Keine Zürcher Neue Woche beginnt So Wo sind denn die Kinder Oh Mann, wo bleiben da nur die anderen Wartest du nur auf jemanden Ja Auf Siva und Chiara Nur die kommen nicht Naja Die werden gleich noch Ich glaube nicht, dass die am ersten Schultag Nach dem Pferf ihn wieder Zu spät kommen So wie das letzte Mal Au Oh nein, wir kommen zu spät Das sind am ersten Schultag Ah, genau so wie das letzte Mal Ach, Mann Werden schon die von der Schule fliegen Entschuldigung, die Verspätung Oh, Entschuldigung Schon wieder genauso wie das letzte Mal Was hab ich dir denn gesagt? Naja, setzt euch hin So, ihr hattet ja Ähm, jetzt eine Woche Zeit Also die Ferien Für euer Referat Das Referat Was? Du hast das Referat vergessen? Hm? Und ja Und pssst Jetzt wird die auch nicht Gewillet mal im Unterricht So, ähm Sira Du bist die erste Mit dem Referat Oh, äh Ja Ich geh's eben suchen Einmal Oh, ich glaube Ich hab's im Spind Äh Ich komme gleich Scheiße Scheiße Oh, scheiße Oh, nein Ich geh da jetzt rein Und sag's dem Ich hab mein Referat vergessen Es tut mir so leid Ich weiß nicht, wie es passieren kann Bleib mal ruhig Na schön Strich Okay Tiara, hast du dein Referat? Mhm Okay, dann lass mal Sehen Äh Hier Okay Oh, geht's dir gut? Ja, ja Haha Ah, sehr schön Dafür bekommst du eine Eins Foxy Achso, du kannst wieder auf seinen Platz gehen Okay Hast du dein Referat dabei, Foxy? Äh, ja Hier Über was hattest du nochmal? Über Gedichte Ah Lass mal Sehr schön Sehr schön Dafür bekommst du auch eine Eins Äh, ihre Brille ist Ja, okay Ups Geh auf den Platz Okay Ja, Sira Dafür schreibst du mir jetzt einen 10-seitigen Aufsatz Was? Bis morgen Nein Das, das kann Kann ich doch nicht machen Das könnt ihr doch nicht tun Ohne, ob ich das machen kann So Jetzt machen wir mit dem Unterricht weiter Nein Ring Ah, ich sehe Die Schule ist nur vorbei Ihr dürft jetzt alle nach Hause Ja Wollen wir uns heute im Kino treffen? Ja, gerne Okay Ähm, ja Na ja Ja Man sieht, er soll wirklich nicht noch etwas tun Na, tut mir leid Genauso wie das letzte Mal Und jetzt geh bitte Ja klar, äh, um wie viel Uhr denn? Ähm, weiß ich nicht Was kommt im 5.5? Der Taxifahrer Aha, cool Ja, den möchte ich auch unbedingt schauen Ob du Mama dann noch überreden kannst Mama wird uns jetzt abholen Dann kann ich sie ja erfragen Dann mal viel Spaß Okay, dann tschüss Tschüss Das kann doch nicht sein Aber wie soll ich das denn jetzt Mama erzählen? Mann, am besten ich erzähle diesen Okay, das wäre jetzt die schlimmste Variante Die Dummerkart Ah, dahin kommt sie ja sogar Bitte einsteigen Ähm, okay Ich hab schon mal zu euch Essen gemacht Komm, tschüss euch hier an den Tisch Ähm Okay Ach, Mama, du wirst es mir nicht glauben. Ich habe eine Eins in meinem Referat. Und welche Note hast du? Mama, weißt du, ich hatte... Ich habe die Ferien vergessen, mein Referat. Du hast was? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das war auch das erste Mal. Das erste Mal? Das war schon das dritte Mal. Was, das dritte Mal? Wieso zählt mir denn keiner was vom Referat? Mann, ja, und was machen wir jetzt? Ich muss jetzt einen zehenseitigen Aufsatz schreiben. Naja, ich meine, eine Strafe muss schon sein, aber zehenseitig ist dann doch etwas hoch. Aber über was denn? Ja, keine Ahnung. Okay, hm, da muss ich mal beim Anrufen. Bitte. Und weh, es kommt noch einmal vor. Dann streiche ich dir ein Handy, Computer und Taschengeld. Okay. Ich mache jetzt immer mein Referat. Okay. Ach du, Mama, kann ich mich dann heute mit Fox im Kino treffen? Ja, ich auch. Du nicht, du nicht. Und wie viel Uhr denn? Ja, um 19 Uhr kommt so ein Film. Ja, der Taxifahrer. Ach ja, der soll ganz lustig sein. Ja, habe ich auch. Na dann, okay. Ich hoffe mal, ich habe das Essen geschmissen. Ja. Ja, ich hoffe mal, ich habe mein Video gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr mich abonnieren und mir einen Daumen nach oben geben. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen werde. Aber ja. Also es war so eine kleine Dazwischendurch-Folge, da ich nämlich, ähm, oder ich muss ja noch Jeremy's Next Pet Model zu Ende machen. Und das mache ich auch. Nur, da mir jetzt erstmal noch nichts jetzt mit dem Umstyling so eingefallen ist, dachte ich mir, dann mache ich mir jetzt, äh, erstmal so eine Folge, da ich jetzt richtig Lust hatte, jetzt ein Video zu drehen. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und, ach ja, genau. Und ich wollte vielleicht noch dann, ähm, vielleicht nach Jeremy's Next Pet Model oder so, wollte ich dann halt noch, ähm, meine ganzen LPS zeigen. Also, ich habe 87 Stück und dann würde ich dann auch alle so zeigen oder alle meine LPS-Sachen und so und ja, seid einfach gespannt, würde ich sagen. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!